Über 17 Millionen Packungen an Schlafmitteln wurden alleine 2017 verkauft und im Bereich Nahrungsergänzungsmittel für guten Schlaf sieht es nicht viel anders aus. Viele Menschen greifen zur Pille als Lösung ihrer Schlafprobleme. Grund genug, diesem Thema eine eigene Podcast-Folge zu widmen. Welche Nahrungsergänzungsmittel sind bei welcher Art von Schlafproblemen sinnvoll, welche nicht, worauf solltest du achten, wenn du eines kaufen möchtest und vieles mehr. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir bei Amazon oder Google Nahrungsergänzungsmittel bei Schlafproblemen eingeben und uns das Angebot erschlägt, sollten wir erst einmal einen Schritt zurückgehen. Laptop wieder zuklappen, das Smartphone einmal weglegen und bei Schritt 1 zum richtigen Supplement oder Nahrungsergänzungsmittel beginnen. Wir sollten erst einmal klarstellen oder uns vergewissern, welche Art von Schlafproblemen liegt überhaupt vor, welche Art von Schlafproblemen haben wir. Denn nicht jedes Nahrungsergänzungsmittel, was eine Verbesserung des Schlafes verspricht, hilft auch bei jeder Art von Schlafproblemen. Auch wenn auf der Packung gerne was anderes steht, sollte man die Art von Schlafproblemen erst einmal für sich klassifizieren. Also habe ich Einschlafprobleme, habe ich Durchschlafprobleme oder habe ich irgendwie Probleme mit meiner Schlafqualität? Vielleicht auch keine Probleme, sondern einfach nur Optimierungspotenzial. Das sind so die drei Gebiete oder die drei Gründe, warum jemand sagt, ich möchte zu einem Nahrungsergänzungsmittel für meinen Schlaf greifen. Einerseits Einschlafprobleme, einerseits Durchschlafprobleme und andererseits Schlafqualität. Unabhängig davon, wie wir jetzt einmal Schlafqualität definieren. Dazu gibt es zwei eigene Podcast-Folgen von uns. Sagen wir einfach mal, die Schlafqualität ist irgendwie so das Gefühl am Morgen. Man fühlt sich trotz sechs oder trotz sieben, acht Stunden Schlaf nicht wirklich erholt und hat schon ganz viel ausprobiert und hat auch eigentlich keine Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen. Aber trotzdem fühlt man sich nicht richtig erholt und möchte da ein bisschen an der Schlafqualität optimieren. Das sind so die drei Gründe, warum man zum Supplement oder zum Nahrungsergänzungsmittel greifen kann oder greifen sollte. Starten wir mal mit dem häufigsten Grund Einschlafprobleme. Wenn wir sagen, okay, ich habe Einschlafprobleme, ich möchte da ein Mittelchen haben, was mir vielleicht hilft. Dann sollte ich wieder weiter klassifizieren. Ich sollte mir erst mal klar werden, okay, was für Einschlafprobleme habe ich denn? Klar, der Betroffene weiß das in der Regel nicht selbst zu 100 Prozent. Wenn er das wüsste, würde er vielleicht nicht zu einem Supplement greifen oder hätte auch gar keine Einschlafprobleme. Aber er weiß oder du weißt ungefähr, habe ich stressbedingte Einschlafprobleme? Also fällt mir das ein, fällt mir das Abschalten am Abend schwer? Habe ich vielleicht ein Gedankenkarussell, wenn ich im Bett liege? Oder sagst du, nee, also Stress eigentlich nicht und ich kann gut abschalten und habe auch kein Gedankenkarussell, wenn ich im Bett liege. Aber es klappt irgendwie trotzdem nicht mit dem Einschlafen. Das sind so die zwei häufigsten Möglichkeiten, worunter wir jetzt mal die Einschlafprobleme weiter klassifizieren können. Starten wir mal mit der ersten Möglichkeit. Du sagst, stressbedingt, ich komme erst um 20, 21 Uhr nach Hause, ich kann da nicht abschalten, ich muss noch Essen machen, vorkochen, To-Do-Listen schreiben etc. Habe die Arbeit noch vollkommen im Kopf und habe dann Gedankenkarussell im Bett. Wenn du stressbedingte Einschlafprobleme hast und dann ein Nahrungsergänzungsmittel suchst, dann gibt es vier Möglichkeiten, was man nehmen kann. Erste Kategorie ist was Pflanzliches. Bei pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln oder pflanzlichen Einschlafhilfen einfach vorrangig entspannen und beruhigen. Das wäre eine Möglichkeit. Da gibt es dann Baldrian, Passionsblume, Lavendel, Johanniskraut, Zitronenmelisse, Hopfen. Da gibt es so sechs Stück, die das sehr gut können. Und wenn man sich da an Nahrungsergänzungsmitteln hält, die viele dieser bewährten Arzneipflanzen enthalten, dann kann das in gewisser Maße, ja in gewissen Grenzen auf jeden Fall helfen. Zweite Möglichkeit wäre Magnesium. Magnesium drückt den Cortisol-Spiegel einfach ein bisschen runter. Wenn du sagst, hey, ich komme hier abgehetzt nach Hause und habe sowieso ganz viel Stress. Mein Cortisol-Spiegel ist wahrscheinlich tendenziell höher, als er sein sollte. Dann kann eine zusätzliche Einnahme von Magnesium da auf jeden Fall helfen. Dritte Möglichkeit wäre CBD-Öl. CBD oder Cannabidiol ist ja gerade ein sehr, sehr populäres Thema, was sehr, sehr viele Menschen für viele verschiedene Anwendungsgebiete nehmen. Gibt es auch ein sehr, sehr ausführliches YouTube-Video von uns zu diesem Thema. Aber sie können eben auch im Bereich Einschlafprobleme oder Schlafprobleme generell genutzt werden, CBD-Öl, weil es dort vor allem viele, viele positive Erfahrungsberichte und in Ansätzen auch Studien gibt, bei denen das geholfen hat. Und vor allem im Bereich der Angststörung. Vierte Kategorie wäre GABA, also Gamma-Aminobuttersäure, die ja viel verkauft, wie wohl nicht ganz klar ist, kann das überhaupt die Blut-Hierenschranke überwinden und wirken. Aber auch hier gibt es sehr, sehr viele positive Erfahrungsberichte und auch einige Studien zu. Und wenn es bei dir hilft, es hilft nicht bei jedem, aber wenn es bei dir hilft, dann sorgt es eben dazu, dass einfach negativere Gedanken am Abend gemindert werden, dass das Gedankenkarussell vermieden wird, gar nicht erst entsteht, weil GABA einfach so ein Neurotransmitter ist, der dafür sorgt, dass negative Gedanken und Gedanken generell gar nicht erst in unserem Gehirn ankommen, vereinfacht gesagt. Das sind so die vier Kategorien, mal auf die Schnelle. Insgesamt ist es also sinnvoll, bei stressbedingten Einschlafproblemen Aufnahungsergänzungsmittel zu setzen, die entspannen, die beruhigen und auf das Gedankenkarussell und oder auf den Cortisolspiegel. Einwirken. Das wäre die Möglichkeit. Wenn du jetzt aber sagst, nee, das ist eigentlich nicht mein Problem, ich kann nicht einschlafen, aber mit Gedankenkarussell oder Abschalten habe ich keine Probleme, dann schauen wir uns eher Nahrungsergänzungsmittel an, die die natürliche Melatoninproduktion unterstützen, ankurbeln. Da wäre man dann bei L-Tryptophan, bei 5-HTP oder direkt bei Melatonin. Aber Melatonin ist jetzt nochmal ein eigenes Thema, das wir in einer separaten Podcast-Folge auf jeden Fall behandeln werden. Also man kann sich die drei Themen anschauen, dass man L-Tryptophan, 5-HTP oder Melatonin supplementiert oder man schaut sich den Umwandlungsmechanismus an. Denn Melatonin entsteht ja auch nicht einfach so, der Körper kann ja nicht einfach aus dem Nichts Melatonin produzieren. Klar, einerseits bei Dunkelheit und aufgrund des zirkadianen Rhythmus entsteht Melatonin, beziehungsweise bekommt die Zielbildröse das Signal, Melatonin zu produzieren. Aber auch hier sind ja gewisse Ausgangsstoffe notwendig. Das heißt, Melatonin entsteht ja von dem Ausgangsstoff L-Tryptophan, die Aminosäure, die wir vor allem über die Ernährung zu uns nehmen. Das geht dann über 5-HTP, über Serotonin und am Abend schließlich zu Melatonin. Und in diesem Umwandlungsmechanismus, das entsteht auch wieder nicht von alleine, also der Körper kann auch wieder nicht von alleine L-Tryptophan in 5-HTP umwandeln, aus 5-HTP Serotonin und schließlich Melatonin machen. Sondern für diesen Umwandlungsmechanismus sind viele Vitamine und Mineralstoffe notwendig, vor allem Vitamin D, Vitamin B6, Zink, Magnesium und Folsäure. Und vielleicht herrscht da ein Mangel an einem dieser Vitamine, an einem dieser Mineralstoffe. Und wenn man den Mangel nur etwas optimieren würde, schwupps, kann es sein, dass es dann mit dem Schlaf schon wieder funktioniert, weil einfach nur die Melatoninproduktion ein bisschen von der Rolle war, sage ich jetzt mal. Die Dinge kann man natürlich auf gut Glück ergänzen. Also man kann auf gut Glück einfach mal Zink, Vitamin B6, Vitamin D, Folsäure und Magnesium supplementieren. Aber man kann natürlich auch einfach den Status Quo einfach mal testen, schauen, okay, wie ist denn mein aktueller Spiegel? Habe ich wirklich einen Mangel oder ist das Problem auch nicht dort zu finden? Wenn der Mangel ist, dann kann man anschließend das passende Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder aber auch die Ernährung optimieren. Man muss ja nicht immer gleich zum Nahrungsergänzungsmittel greifen. Man kann ja auch einfach mehr zinkhaltige, mehr magnesiumreiche Lebensmittel einfach mal zu sich nehmen über einen gewissen Zeitraum und schauen, ob man das vielleicht über eine optimierte Ernährung erreicht. Denn ganz klar ist ja auch immer, NEM, also Nahrungsergänzungsmittel, steht für Ergänzung und nicht für Ersatz. Also Eigenverantwortung in Sachen Ernährung und vor allem Schlafhygiene und den Umgang vor allem mit blauem Licht am Abend, den ersetzen Nahrungsergänzungsmittel freilich nicht. Also auch wenn du in diesen Umwandlungsmechanismus eingreifst oder direkt L-Tryptophan oder Melatonin supplementierst, befreit dich das natürlich nicht von deiner eigenverantwortlichen Pflicht, sage ich jetzt mal, dich um deine Ernährung zu kümmern, dich um deine Schlafhygiene zu kümmern. Weil dann bringt das herzlich wenig, wenn du L-Tryptophan supplementierst, aber dir am Abend noch ganz, ganz viel blaues Licht in die Augen strahlst, dann wird das nicht funktionieren. Dann wirst du nachher sagen, ja es funktioniert mit den Nahrungsergänzungsmitteln bei mir nicht. Nahrungs-L-Tryptophan, das wirkt nicht. Aber es würde schon wirken, wenn du einfach mal auf deine Schlafhygiene achten würdest. Das zum Thema Einschlafprobleme auf die Schnelle. Kommen wir zum Thema Durchschlafprobleme. Durchschlafprobleme sind ein sehr komplexes Thema, das auch nicht in ein paar Minuten hier im Podcast abgearbeitet werden kann. Denn Durchschlafprobleme können gefühlt alles oder nichts sein. Und es gibt super viele Gründe, warum man nachts aufwacht. Sei es die Hitze, sei es auf einmal eine Lichtquelle, die am Fenster auf einmal erscheint, weil wir keine Rollläden haben können oder dergleichen. Es kann Lärm sein, weil die Flugzeuge um halb fünf, fünf wieder anfangen zu starten. Es kann eine neue Schlafumgebung sein, die in den ersten Tagen einfach für unruhigeren Schlaf und für erhöhtes Aufwachen sorgt. Es kann Alkohol sein, ich kann wegen Schmerzen in der Nacht wach werden. Es kann auch an der Atmung liegen, dass ich einfach vermehrt durch den Mund zum Beispiel atme und dann öfter aufwache und was trinken möchte. Oder der Körper möchte etwas trinken, weil ich einfach trockenen Mund habe. Das kann sein, ich kann wegen Träumen aufwachen, wegen anderen Krankheiten. Das sind super, super viele Gründe möglich, die sich gar nicht mit dem Nahrungsergänzungsmittel lösen lassen. Nahrungsergänzungsmittel kann ja den Abbauprozess von Alkohol zum Beispiel, kann da nichts machen. Es kann die Hitze und kann Licht und kann Lärm nicht darauf einwirken und auch nicht auf die Atmung durch den Mund. Aber Durchschlafprobleme können eben auch an den Hormonen liegen. Und wenn wir über Hormone und Durchschlafprobleme reden, dann sind wir vor allem beim Thema Menotonin-Spiegel und Cortisol-Spiegel. Also hilfreich ist zunächst einmal zu schauen, Durchschlafprobleme ja und dann gibt es vielleicht ein Muster. Also wache ich vielleicht immer zur selben Uhrzeit aus. Wenn es zum Beispiel halb fünf, fünf ist, dann könnte es ja sein, dass ich in der Flugzeugschneise wohne. Möglich. Es kann sein, dass ich ja wieder die gleiche Uhrzeit habe und dann vielleicht immer die gleiche Lichtquelle. Nebenan geht, weiß ich nicht, das große Licht des Einkaufszentrums auf einmal an. Selten, aber ist möglich. Aber es kann eben auch sein, wenn ich ein Muster habe, zum Beispiel zwischen zwei und drei nachts. Je nachdem, wann ich ins Bett gegangen bin, sollte dort die Hälfte der Nacht vorbei sein. Und wenn die erste Nachthälfte vorbei ist, dann findet so dieser Wechsel der ersten Nachthälfte zur zweiten Nachthälfte statt. Und wenn dieser Wechsel stattfindet, dann ist der Melatonin-Spiegel, also Schlafhormonspiegel, am höchsten und Cortisol-Spiegel am niedrigsten. Und dann fängt das langsam, sich ins Gegensätzliche an zu entwickeln. Der Cortisol-Spiegel steigt dann wieder ganz, ganz langsam und beginnt schon mit dem Aufwachprozess. Und der Melatonin-Spiegel hat seinen Höhepunkt erreicht und fängt wieder ganz leicht an zu sinken. Und wenn es um diese Uhrzeit ein Aufwachen gibt, also ein Durchschlafproblem, dann kann es sein, dass mit diesem Hormon oder mit dem Spiegel, einer der beiden Hormone, etwas nicht ganz in Ordnung ist. Dass der Cortisol-Spiegel vielleicht erhöht ist und zu früh ansetzt, wieder zu steigen. Und Cortisol führt dann dazu, dass wir schon zu früh wach werden. Das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wenn ich das vermute, wenn ich sage, hey, Durchschlafprobleme und Hitze, Licht, Lärm und alles, was möglich ist, bin ich schon durchgegangen und glaubst du nicht daran, dass das die Ursache für die Durchschlafprobleme ist, sondern du möchtest das mit einem Nahrungsergänzungsmittel probieren, dann setze ein Nahrungsergänzungsmittel an, die genau zwei Dinge sorgen. Oder eines der beiden zwei Dinge. Einerseits einen hohen Melatonin-Spiegel oder, oder, und, oder einen niedrigen Cortisol-Spiegel. Das heißt, wir sind dann wieder, wie eben, dabei, dass wir diesen Umwandlungsmechanismus von Melatonin uns anschauen, dass wir den vielleicht optimieren. Also L-Tryptophan, 5-HTP oder direkt Melatonin supplementieren oder uns die Vitamine und Mineralstoffe bei diesem Umwandlungsmechanismus anschauen. Ob wir da optimieren, das können wir wieder machen, um dort oder um so für einen hohen Melatonin-Spiegel zu sorgen. Zweite Möglichkeit wäre wieder Magnesium. Magnesium ist einerseits am Umwandlungsmechanismus von Melatonin beteiligt, plus sorgt für einen niedrigen Cortisol-Spiegel. Das wäre die zweite Möglichkeit, Magnesium zu supplementieren. Dritte Möglichkeit wären sogenannte Adaptogene, wie zum Beispiel Ashwagandha oder Rosenwurz. Das sind einfach Nahrungsergänzungsmittel, das sind Heilpflanzen in der Regel und dann halt als Nahrungsergänzungsmittel, die dafür sorgen, dass der Körper einfach besser mit Stress umgehen kann. Und das kann auch dafür sorgen, dass einfach der Cortisol-Spiegel langfristig runtergeht. Vor allem für Leute, die chronisch dauerhaft viel Stress ausgesetzt sind, trainieren Adaptogene quasi den Körper an, besser mit Stress umzugehen, klar zu kommen. Aber Adaptogene sind eher was für eine längere Einnahme. Magnesium zum Beispiel wirkt eigentlich sofort oder binnen Tagen. Und Ashwagandha, Rosenwurz als Adaptogene, die brauchen ein bisschen länger, ein bisschen die Wirkung entfalten. Also das wären die drei Typen von Nahrungsergänzungsmitteln, die wir maximalerweise bei Durchschlafproblemen empfehlen würden. Vielleicht helfen auch andere Nahrungsergänzungsmittel beim Durchschlafen. Unserer Meinung nach ist das dann aber eher Placebo. Aber wenn es wirkt, go for it. Ja, aber insgesamt sind Nahrungsergänzungsmittel oder nicht Nahrungsergänzungsmittel, sind Durchschlafprobleme zu komplex, als dass man sie rein mit Nahrungsergänzungsmitteln behandeln kann. So unsere Erfahrung. Es kann sein, dass du da mehr Erfolg hast mit Nahrungsergänzungsmitteln und Durchschlafproblemen. Aber tendenziell hat man da nicht ganz so den Riesenerfolg, ja, aber die drei Kategorien, wie genannt, Melatonin oder Melatonin-Umwandlungsmechanismus anschauen, Magnesium und Adaptogene. Also einfach für einen hohen Melatonin-Spiegel und einen niedrigen Cortisol-Spiegel sorgen. Und das kann dann schon helfen beim Durchschlafproblemen. Wenn nicht, dann muss man eben diese lange Liste an möglichen Ursachen für Durchschlafprobleme wieder mit einem Coach, mit einem Arzt oder dergleichen durchgehen. Das soll es zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und Durchschlafprobleme gewesen sein. Schauen wir uns noch das Thema Schlafqualität an. Wie gesagt, zum Thema Schlafqualität gibt es eigene Podcast-Folgen, auch wie wir die Schlafqualität unabhängig von Nahrungsergänzungsmitteln steigern können. Hier konzentrieren wir uns aber mal auf das Thema Schlafqualität und Nahrungsergänzungsmittel. Wenn wir von Schlafqualität sprechen, dann sprechen wir von Schlaf von Nahrung vor allem über das Gefühl am Morgen. Und das Gefühl am Morgen kennzeichnet vor allem, wie erholsam unser Schlaf war. Und wie erholsam unser Schlaf war, das liegt vor allem an unseren Tiefschlafphasen, weil die Tiefschlafphasen für die körperliche Erholung zuständig sind. Also schauen wir uns an, was finden die Tiefschlafphasen statt. Die Tiefschlafphasen finden vor allem in der ersten Nachthälfte statt, wenn der Melatoninspiegel hoch ist. Also, wenn wir über das Thema Schlafqualität sprechen, dann schauen wir uns wieder die Nahrungsergänzungsmittel an, die für einen hohen Melatoninspiegel sorgen und für einen niedrigen Cortisolspiegel. Also, selbes Spielchen, wie schon gesagt, Melatonin anschauen, Melatonin-Umwandlungsmechanismus anschauen und niedrigen Cortisolspiegel, also Magnesium-Adaptogenum. Aber auch hier wieder, wenn die Schlafhygiene salopp gesagt scheiße ist, dann helfen auch die Nahrungsergänzungsmittel hier nur bedingt. Das heißt, wenn du bis zum Abend dich mit blauem Licht aussetzt, wenn du noch super spät Sport getrieben hast, bis eine Stunde vor dem Schlafen gehen, Wenn du noch geraucht hast, einfach wenn du die vielen Dingen ausgesetzt hast, die im Rahmen der Schlafhygiene als nicht so gut gelten und auf die Regeneration, auf die Schlafphasen, auf die Tiefschlafphasen in der Nacht einwirken, auf die Schlafqualität einwirken, dann helfen Nahrungsergänzungsmittel eben nur bedingt. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel können da dein schlechtes Verhalten nicht ersetzen. Du kannst Melatonin supplementieren und kannst, weiß ich nicht, Magnesium supplementieren, aber das kann ja nicht so wirklich wirken, wenn du dich trotzdem wieder ganz viel blauem Licht aussetzt. Dann arbeitest du mit dem Nahrungsergänzungsmittel in die eine Richtung und durch dein Verhalten wieder in die andere Richtung und dann bleibst du stehen. Und das ist ja nicht so in der Sache. Das heißt, Nahrungsergänzungsmittel immer mit Schlafhygiene beachten. Ein Punkt, der bei Schlafqualität auch noch wirksam sein kann, ist das Thema CBD, das vor allem für Sportler extrem interessant ist, weil CBD, also Cannabidiol, ja einfach durch seine Wirkung im zentralen Nervensystem, vielfach auch bei Entzündungsprozessen eine positive Wirkung hat und sehr, sehr positiv für die Regeneration sein kann. Schlaf ist Regeneration und Sport, später Sport, anstrengender Sport, Crossfitter. Durch den Sport sorgen sie auch immer für Entzündungsprozesse im Körper und CBD kann dabei eben helfen, dass Muskeln schneller regenerieren, dass Entzündungen schneller verheilen im Körper und so auch die Schlafqualität optimieren. Die Studienlage dazu ist noch relativ dünn, aber es gibt dafür viele positive Erfahrungsberichte und da CBD in einer sinnvollen Dosierung sehr, sehr nebenwirkungsarm ist, ist das auf jeden Fall besonders für Sportler relevant. Ja, die sagen, hey, ich habe schon alles ausprobiert in Sachen Schlafqualität. Ich schlafe schon perfekt, aber der Sport ist einfach so anstrengend auch für meinen Körper. Und wenn ich da die Regenerationszeit vielleicht durch optimierten Schlaf von zwei auf einen Tag, bis ich wieder super anstrengendes Training machen kann, reduzieren kann, dann sollte das auf jeden Fall ein Versuch wert sein. Genau, was ist noch mit Mischprodukten? Es gibt ja auch super viele Nahrungsergänzungsmittel, die gefühlt 20 Inhaltsstoffe haben und beim Einschlafen, beim Durchschlafen und bei der Schlafqualität helfen sollen, oft auch tun. Da kann ich nur sagen, schau auf die Inhaltsstoffe. Schau drauf, was drin ist. Da hast du ja jetzt schon so einen groben Überblick, welche Inhaltsstoffe sind sinnvoll, zum Beispiel sechs Arzneipflanzen, L-Tryptophan, Magnesium, GABA, etc., etc. Und kannst dann schauen, okay, hilft das oder ist das in einer sinnvollen Menge enthalten, die bei meinem spezifischen Einschlafproblem, Durchschlafproblem, Schlafqualitätsproblem helfen können. Also ein bisschen die Inhaltsstoffe selbst analysieren und nicht nur schauen, okay, was steht da drauf, was sagt der Hersteller, hilft beim Schlafen, hilft wenig die Aussage. Okay, einfach mal die Inhaltsstoffe genau analysieren und schauen, okay, ich weiß jetzt, welche Inhaltsstoffe, welches Schlafproblem helfen, ist das mein Schlafproblem, ist auch genügend von drin und dann einfach mal testen. Weil zu Mischprodukten gibt es einfach keine Studien. Da sind so viele Inhaltsstoffe miteinander kombiniert. Diese Kombination hat ja keine Studie mal getestet. Das heißt, wir können uns hier nur darauf verlassen, gibt es positive Erfahrungsberichte, vertragen die Leute das gut und sind die Dinge drin, die für mein spezifisches Schlafproblem sinnvoll sind, ist auch genug von drin, ist da kein Quatsch drin, der da nicht reingehört an Zusatzstoffen, etc. Einfach da ein bisschen Eigenverantwortung haben und selber recherchieren und auf die Inhaltsstoffe schauen. Genau, das soll es erstmal als Überblick zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gewesen sein. Man könnte dazu noch stundenlang reden, haben wir aber schon gemacht. Als kleine Werbung haben wir noch einen eigenen Supplement Guide zu diesem Thema, in dem wir das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel, Supplemente, Schlaf, Inhaltsstoffe, etc., 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 Dosierungsempfehlungen, Anwendungsgebiete, Studien noch viel genauer beleuchten. Dazu einfach auf schlaf-und-naut.de-slash-guide oder hier in den Shownotes oder in der YouTube-Videobeschreibung schauen. Wenn du sagst, ich blicke da immer noch nicht durch als Ergänzungsmittel, ich möchte da einfach mal einen Guide haben, der mir alles erklärt, auch auf andere Inhaltsstoffe noch eingeht, auf Mischprodukte noch genauer eingeht, bestimmte Beispielsupplemente mal durchgeht, dann schau dir das gerne an. Ansonsten kannst du auch Fragen an podcast.schlaf-und-naut.de schicken. Kein Thema, wir beantworten sie gerne. Andere Fragen, Anregungen, Themenvorschläge zu diesem Podcast, auch jederzeit gerne per E-Mail an podcast.schlaf-und-naut.de. Wenn du ein Coaching, einen Vortrag oder einen Workshop bei uns buchen möchtest, kein Thema, auch einfach eine E-Mail an podcast.schlaf-und-naut.de schreiben. Das soll es dann mit dieser Folge schon gewesen sein. In diesem Sinne, tut deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge, dein Fabian von Schlaf-und-naut. Ciao.